Endlich startet die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe und eröffnet wird sie mit Ant-Man and the Wasp Quantumania. Doch bevor wir hier richtig anfangen, sei noch eine dicke Spoilerwarnung ausgesprochen. Solltest du den Film also noch nicht gesehen haben, wir gehen hier jetzt auf das Ende und die Szenen während und nach dem Abspann des Films ein. Im finalen Kampf gegen Kang, der Eroberer, bekommt Hank Pym Unterstützung von seiner hochtechnisierten Ameisenarmee und es gelingt Ant-Man und The Wasp schließlich mit vereinten Kräften Kang zu töten, bevor diese aus dem subatomanen Raum entkommen und wieder durch Universen reisen kann. Dadurch sind die Bewohner der Quantenebene wieder frei und Scott kann mit seiner Tochter, Janet und Hope Van Dyne und Hank Pym in ihre Welt zurückkehren. Doch auch wenn sich für Scott wieder alles normal anfühlt, plagt ihn doch der Gedanke, ob Kang wirklich tot ist. Wenn man dann auch noch einen Blick auf die Mid-Credit-Scene wirft, können auch wir ziemlich sicher sein, dass Kang nicht das letzte Mal Ant-Man über den Weg gelaufen ist. In der Mid-Credit-Scene bekommen wir den Rat der Kangs zu sehen, der unter anderem aus Rama-Tut und Immortus besteht, also weiteren Varianten von Kang. Sie haben gerade erfahren, dass der ins Exil geschickte Kang getötet wurde. Dadurch fühlen sie sich natürlich selbst auch bedroht und sehen ihr Vorhaben, das komplette Multiversum zu erobern, in Gefahr. Dafür haben sie extra alle Varianten von Kang aus dem gesamten Multiversum zusammengerufen. Und mit ziemlicher Sicherheit werden wir dem einen oder anderen Kang im Verlauf von Phase 5 und 6 begegnen, zum Beispiel als Gegner der Avengers. Somit könnte man diese Szene auch als Auftakt für Avengers The Kang Dynasty in Phase 6 sehen. Welche Varianten es von Kang noch gibt, welche Verbindungen zu anderen Figuren der Marvel-Welt dadurch hergestellt und welche Möglichkeiten für kommende Serien und Filme dadurch entstehen können, erzählen wir euch in einem anderen Video, denn das würde definitiv den Rahmen dieses Videos sprengen. Nur kurz, die Fantastic Four und Doctor Doom, Khonshu bzw. Moon Knight oder Apocalypse aus dem X-Men-Universum sind nur einige, die mit Kang in Verbindung stehen. In der Post-Credit-Scene handelt es sich offenbar um eine Szene aus der kommenden zweiten Staffel von Loki. Wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts bei einer Präsentation. Im Publikum sehen wir nicht nur Loki, sondern auch Mobius. Loki hat sichtlich Angst vor dem Mann auf der Bühne, der als Victor Timely vorgestellt wird. Timely ist niemand geringeres als eine weitere Variante von Kang. Loki und Mobius arbeiten hier wohl wieder zusammen, nachdem Mobius Loki am Ende der ersten Staffel nicht mal gekannt hat. Dort waren wir mit Loki in der TVA, der total schockiert die riesige Statue von Kang im Zentrum der TVA sah, den er bisher nur als Jena, der bleibt kannte, denn kurz vorher hat Sylvie Jena, der bleibt mit einem deutlich getötet und somit das eingeleitet, was wir in der Mid-Credit-Scene zu sehen bekamen. Jena, der bleibt sagt er ja bereits, dass mit seinem Tod viele weitere und viel schlimmere Varianten von ihm kommen werden. Scheinbar ist Loki zu dem Zeitpunkt der Post-Credit-Scene auf der Suche nach den anderen Varianten. Dafür hat er Mobius wieder an seiner Seite, der den Ernst der Lage noch nicht wirklich zu sehen scheint. Schließlich sind seine Worte an Loki, er sieht doch gar nicht so bedrohlich aus. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie viel wir von Timely, Kang und all den anderen Varianten, die wir bereits aus den Comics kennen, zu sehen bekommen und welche Möglichkeiten Kevin Feige und seine Schreiberlinge für Phase 5 und 6 nutzen werden. Falls ihr also weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut regelmäßig bei Kino.de vorbei. Kino.de 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 Kino.de